In der Heiligen Schrift lesen wir im Buch der Psalmen immer mal wieder, dass der Psalmist, der Psalmenbeter, das Antlitz Gottes sucht oder das Angesicht Gottes sucht oder darum betet, Herr, verbirg dein Angesicht, verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Das beschäftigt mich, weil keiner von uns sieht ja das Angesicht Gottes. Wie kommen wir zu dieser Bitte? Wie kommt der Psalmenbeter zu so einer Bitte? Ich möchte mich dem annähern über Grunderfahrungen des Menschseins, die mit Angesicht und Gesicht zu tun haben. Denken Sie an das kleine Kind im Bauch der Mutter, das heranwächst und es gibt eine geheimnisvolle Beziehung zwischen Kind und Mama und irgendwie kennt die Mutter das Kind ja schon und umgekehrt kennt das Kind die Mutter ja schon. Es weiß irgendwie um die Bewegungen der Mama. Es hört die Stimme der Mama. Es fühlt die Emotionen der Mama. Und jetzt stellen Sie sich vor, das Kind wird geboren und die Mama hält es das erste Mal auf den Armen und schaut das Kind an. Jetzt sieht das kleine Kind, wenn es denn schon sehen kann, das Gesicht der Mutter. Und wir glauben zu verstehen, je mehr ein Kind auch irgendwie realisiert, wer das ist, desto mehr kommt es auch in ein Lächeln oder in eine Erwartungshaltung, wann immer es das Gesicht der Mutter sieht. Aber es ist ja nicht nur das Gesicht. Das Gesicht steht ja für die ganze Mama. Die ganze Mama verändert sich. Jeden Tag sieht sie anders aus, hat vielleicht eine andere Frisur, ist anders angezogen, bewegt sich anders, sieht manchmal traurig aus, manchmal freudig, manchmal vielleicht auch ein bisschen ärgerlich. Und das Kind identifiziert das Gesicht, aber mehr noch die ganze Mutter, die sich durch das Gesicht dem Kind zeigt. Und wir wissen aus der Tiefenpsychologie und aus der Bindungsforschung, dass es ungeheuer wichtig ist, dass die Mama sich dem Kind mit ihrem Gesicht zuwendet und spricht und ihm sprechen lernt, dass die Bindung entsteht über die Emotionen, über die Zuwendung und dass das Kind so lernt, Welt zu erkennen. Über das Du, über das ältere Du der Mama lernt, das Kind verstehen zunächst mal, dass die Welt ein Gesicht hat. Dass die Welt, die sich dem Kind zuwendet und es versorgt, ein Gesicht hat. Und dass die Welt als Ganze eine sich zuwendende, gute Welt ist, die es gut mit dem Kind meint. Ein erster Zugang zu der Frage, was bedeutet es, das Antlitz Gottes zu sehen. Ein zweiter Zugang, denken Sie an zwei Menschen, die sich begegnen und vielleicht ineinander verlieben. Der eine entdeckt das Gesicht des anderen und je tiefer er dem anderen begegnet, ihn erkennen möchte und ihn erkennt, desto mehr lernt er im Gesicht des anderen lesen. In seinen Augen die Emotionen wahrzunehmen, in seinem Herzen hineinzufühlen über das Gesicht. Das, was wir das Gesicht nennen oder den ganzen Körper nennen, ist ja gewissermaßen nur eine Ausdrucksweise des inneren Lebens. Das heißt, wir werden fasziniert vom Äußeren, vom Gesicht, vielleicht von der Schönheit, vom Charme, der mir da entgegenkommt. Aber wir wissen alle, wenn wir nicht tiefer gehen, wenn wir nicht im Gesicht zu lesen lernen, dann bleibt es nur ein oberflächlicher Kontakt. Aber wirklich in das Gesicht schauen, heißt letztlich in die Seele des Menschen schauen. Und wenn zum Beispiel Paare miteinander älter werden, dann verändert sich das Gesicht. Das Gesicht verliert von seiner jugendlichen Frische und Schönheit. Und trotzdem kommt einem durch dieses Gesicht der andere Mensch entgegen, in seiner Vertrautheit. Ich kenne dich nun schon seit Jahren, aber gleichzeitig auch in seiner Geheimnishaftigkeit. Nie ist ein liebender Mensch mit dem anderen wirklich fertig, weil der andere, der mir durch das Gesicht entgegenkommt, auch ein Geheimnis im tiefen Sinn des Wortes bleibt, nicht ausschöpfbar. Vertrauen Sie nicht Menschen, die sagen, ich kenne dich durch und durch. Denn jemanden durch und durch kennen, heißt vielleicht mit ihm fertig sein. Hoffentlich sind wir nie miteinander fertig. Und dann kennen Sie vermutlich auch das Geheimnis, Sie gehen in die Wohnung eines Menschen. Und in dieser Wohnung ist der Mensch eingerichtet mit seinen Möbeln, mit seinen Bildern, mit den Dingen, die ihn umgeben, mit den Büchern, mit dem, was er gern mag. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Wohnung eines Menschen, die Sie nicht kennen. Eine Wohnung, die Ihnen neu ist und auch der Mensch ist nicht da. Ist es nicht manchmal so, ein Mensch umgibt sich mit Dingen, die ihn beschäftigen, die zu ihm gehören und Sie können ein wenig erkennen, was das für ein Mensch ist. Was ist da für eine Atmosphäre? Was hat er gern? Ist es hier kalt oder warm, gefühlsmäßig? Bin ich hier gern? Wer wird mir da entgegenkommen? Wer zeigt sich mir, wenn er dann in seine Wohnung kommt, in der ich zum ersten Mal bin? Ist das nicht etwas wie das Gesicht eines Menschen, etwas von dem, mit was er sich umgibt? Ein dritter Zugang zu, wie lerne ich einen Menschen kennen durch die Dinge, die ihn umgeben, mit denen er sich umgibt. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter zu dem Thema, wer ist eigentlich Gott? Wir glauben in der Tiefe, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Und der Schöpfer dieser Welt drückt sich aus in seinen Geschöpfen. Wenn Sie, wie die alten Philosophen und Denkerinnen und Denker der antiken Welt, gedacht haben, die Welt ist ein Kosmos und durchdringen, durchdrungen von Logos, also von einer Ordnung, dann sind wir, zumindest nach unserem Glauben, auf der richtigen Spur. Sie erkennen die Schönheit, die Faszination dieser Welt, dieser Schöpfung und können von dort her denken, was muss das für ein Gott sein, der so eine Welt schafft. Nun ist aber unser Problem, dass wir in einer Welt leben, die nicht nur wahr, gut und schön ist, sondern die auch gebrochen ist, in der es auch das Böse gibt und die Lüge und den Tod und das Leid gibt. Ist also Gott einer, der uns einen Schein vorgibt, aber de facto ist die Welt böse und gemein und bringt mich zu Tode? Wie ist das mit diesem Gott? Kann es sein, dass die Welt in ihrem Ursprung wirklich gut ist, wo ich doch totgeweiht bin? Kann das sein? Denken Sie nochmal an das kleine Kind zurück. Wenn Sie ein kleines Kind in die Welt einführen, jeder, jeder normale Mensch stellt dem Kind die Welt als wahr, gut und schön vor. Jeder normale Mensch sagt seinem Kind, schau mal, wie gut oder wie schön, wie schön dieser Baum ist, diese Blume ist, wie lieb dieser Wauwau ist, wie gut das Essen schmeckt. Schön, wahr und gut. Kein Mensch sagt zu einem Baby, jetzt pass mal auf, die Welt hier ist echt leidvoll, du musst leider warten, bis du dran bist, am Schluss geht es eh schlecht aus. Das sagt keiner. Jeder Mensch gibt seinem Kind mit, die Welt ist ursprünglich wahr, gut und schön. Und jeder Mensch möchte, dass die Lüge, das Leid, das Böse, der Schmerz, der Tod möglichst spät dazukommen, damit das Kind zunächst mal ein Grundvertrauen hat, dass die Welt gut ist, von einem guten Antlitz getragen ist. Aber wir ringen, wir ringen, geht am Schluss doch alles schlecht aus, weil wir sterben müssen. Und jetzt erleben die gläubigen Christen oder die Menschen in der damaligen Welt den Auftritt einer Person, die uns wirklich ihr Gesicht gezeigt hat. Und dieses Gesicht war auf der einen Seite so faszinierend, so unmittelbar zu dem, den er seinen Vater genannt hat, so herausfordernd in seiner Radikalität, in seiner Zuwendung, aber auch in seinem Urteil gegen Sünde oder gegen Heuchelei, dass es Menschen unglaublich fasziniert hat und andere unglaublich abgestoßen hat. Dieser Mensch hat uns sein Gesicht gezeigt und je mehr sie mit ihm gegangen sind, die sich auf ihn eingelassen haben, haben sie gespürt, in dem kommt uns Gott auf eine ganz besondere Weise nahe. Und als er dann selber das Leid auf sich genommen hat, gekreuzigt worden ist, dann haben vielleicht die Jünger zunächst gezweifelt und gedacht, jetzt ist alles aus. Er war es doch nicht. Er ist elendlich am Kreuz krepiert wie der letzte Verbrecher. Aber die Auferstehung und sein Erscheinen und seine Geistsendung hat dann deutlich gemacht, er ist doch der, an den sie geglaubt haben. Er hat das, was Leid bringt und Tod bringt und Lüge ist, von innen her fast verschlungen, jedenfalls überwunden, sodass sie glauben konnten, der, von dem er geredet hat, ist wirklich der Schöpfer, ist wirklich der Vater. In ihm dürfen wir das Angesicht Gottes schauen. Wenn wir durch ihn in seinem Gesicht, in seiner Seele zu lesen versuchen, dann sehen wir das Angesicht Gottes. Im Grunde erfüllt sich in Jesus die Bitte, die der Psalmist hat, Herr, lass uns dein Angesicht schauen. Herr, lass uns dein Angesicht schauen. Und der Psalmist betet auch, verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Seit Jesus da war, können wir immerfort das Angesicht des Vaters schauen. Dass das ein Prozess ist, sagen die Jünger selbst. Jesus redet einmal am Ende seines Lebens vom Vater und Philippus sagt, Herr, zeig uns den Vater. Und Jesus klingt fast ein wenig enttäuscht, wenn er sagt, Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir auf ihn schauen, schauen wir auf den Schöpfer der Welt. Und was ist jetzt mit dem ganzen Bösen und dem Leid und dem Unglück? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber in ihm, dass Leid, Unglück und das Böse nie das letzte Wort haben. Dass wenn wir in sein Herz schauen, wenn wir sein Herz berühren und uns damit innerlich verbinden, wie das Kind mit der Mama, wie Liebende untereinander, dann dürfen wir glauben, dass wir dort unser Zuhause haben. Dass wir dort immer vor dem Antlitz Gottes stehen. Dass wir dort unsere letzte Heimat haben. Und stellen Sie sich nochmal die Szene vom Anfang vor. Das Kind wird geboren, kennt die Mama schon, hat es schon von innen her kennengelernt und darf jetzt ins Gesicht der Mama schauen. Und Paulus sagt uns, und wenn wir dann mal bei ihm sind, werden wir sehen, wie er ist. Meine Lieben, ich freue mich unglaublich auf diesen Moment, wenn wir vor ihm stehen. Vielleicht geht auch noch das eine oder andere an Reinigung voraus, dass wir besser sehen mit dem Herzen. Aber wenn wir dann mal vor ihm sind und den Vater sehen, den Sohn sehen, das Angesicht Gottes schauen, dann erfüllt sich die Sehnsucht der Beter und Beterinnen aller Zeiten. Wir schauen sein Angesicht und sind zu Hause. Auf diese Hoffnung, auf dieses Ziel gehen wir alle zu und es hat jetzt schon angefangen. Und ich freue mich, ich freue mich, Vielen Dank.